Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meinem Modellboot. Es ist auch wieder das Modellboot von meinem Freund da, also mein Boot. Ich habe nämlich jetzt inzwischen hier das GFK rumgemacht. Das ist auf das erste Mal ziemlich gut geworden. Es sind ein paar kleinere, unhebende Alten, aber die kann man nicht mal wieder auslassen. Hier ist diese Glasfasermatte. Das ist die feinere aus dem Video, wo ich das Paket gezeigt habe, wo die dabei war. Das war ja die grobe Matte. Die hat nicht funktioniert. Das hätte absolut scheiße ausgesehen. Und von meinem Freund das Boot. Er hat hier inzwischen jetzt schon einen Glasfaserspachtel reingemacht. Überall, fast überall, weil sie nicht mehr ganz gereicht hat, glaube ich. Ja, ich werde jetzt hier nochmal ein paar Schichten Epoxid überall drauf machen, weil man ja hier vorne sieht man es, glaube ich, noch ein paar kleinere Glasfaser-Karus da hat, die sich dann, wenn man sie rausschleppt, noch stärker sichtbar machen. Deswegen muss da noch ein bisschen mehr Epoxid dazu drüber. Ja. Ich werde dann, wenn der Modellboottag da neu macht, ist am Sonntag. Das werde ich euch dann auch mal zeigen. Da sind auch richtig gute Boote dabei. Also richtig detailgetreu. Ja. Das war's jetzt eigentlich schon wieder mit dem Video. Ich wollte nur mal kurz einen kleinen Zwischenstand machen. und dann bis zum nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Video. Ja.